Nachdenkseiten. Die kritische Website. Kulturszene und Korrektiv gegen rechts. Die Schönwetterdemokraten wachen kurz auf. Ein Kommentar von Tobias Riegel. Die szenische Lesung der Korrektivrecherchen am Theater Berliner Ensemble zu einem Treffen mit Rechtsextremen ist fragwürdig. Aktualisierung 2.2.2024, 12.15 Uhr. Der Ausdruck wurde ergänzt. Zuvor hieß es ein Treffen Rechtsextremer. Dazu kommt noch, dass weite Teile der etablierten Kulturszene in den vergangenen Jahren bestenfalls geschwiegen haben, als es darauf angekommen wäre, gegen Corona-Maßnahmen, Sozialabbau oder eine gefährliche Außenpolitik Haltung zu zeigen. Auch dieses Schweigen hat die AfD groß gemacht. Dass die Korrektivrecherchen zum Treffen mit Rechtsextremen in Potsdam in einer szenischen Lesung am Theater Berliner Ensemble BE aufgeführt wurden, ist einer der merkwürdigsten Aspekte in der an merkwürdigen Aspekten reichen Geschichte um das Treffen und die Art und Weise seiner Aufdeckung. Noch merkwürdiger wird es, wenn auf der Bühne nicht nur Bekanntes künstlerisch wiedergegeben wird, sondern die Bühneninszenierung Teil der Investigativinszenierung wird, wie das Portal Theaterkritiken Nachkritik beschreibt. Zitat Zahlreiche Theater in ganz Deutschland haben dem Berliner Ensemble nachgeeifert, etwa in Potsdam. Das Staatsschauspiel Dresden zeigte gemeinsam mit vielen anderen Theatern, unter anderem dem Schauspielhaus Bochum, Staatstheater Hannover, Volkstheater Wien, Volkstheater Rostock und dem Theater Oberhausen den Livestream. Ein Live-Ticker bei Korrektiv zählt zusätzlich zahlreiche teilnehmende Theater auf. Denn woher hat Korrektiv die hier vermittelten Informationen? Ein Artikel in der Taz stellt auch Fragen zu der Lesung im Berliner Ensemble. Zitat Es war ein Balanceakt, wohl nicht nur auf Messerschneide der Kunstfreiheit, wie es im Stück immer wieder ironisiert wurde, sondern auch auf Messerschneide der journalistischen Sorgfaltspflicht. Denn woher hat Korrektiv die hier vermittelten Informationen? Zitat Ende Anscheinend häufen sich die Fragen zur Verbindung zwischen Korrektiv und Theatern, denn das Recherchezentrum hat eine Seite mit häufig gestellten Fragen extra zum Vorgang am Berliner Ensemble erstellt. Die fragwürdige Finanzierung und Zertifizierung von Korrektiv hat Florian Warwe kürzlich in einem verlinkten Artikel thematisiert. Die Taz beschreibt außerdem, dass sich über 40 Theater, Opern, Häuser, Festivals und Kultureinrichtungen aus ganz Deutschland an dem Stream beteiligen. Ein Fazit der Taz, so geschlossen zeigte sich die Kulturszene schon sehr lange nicht mehr. Kampf gegen rechts. Der Beifall ist garantiert. Dieses Engagement der Kulturszene hätte man sich auch zu anderen Gelegenheiten gewünscht. Etwa gegen Auswüchse der Corona-Politik, gegen die antirussischen Kampagnen seit 2014, gegen die Unterstützung von Rechtsradikalen in der Ukraine, gegen den neuen Zeitgeist der Militarisierung und sündhaft teurer Aufrüstung, gegen auch daraus folgende Kürzungen beim Sozialstaat, gegen die Unterordnung unter US-Interessen, gegen den Nord Stream Terroranschlag, gegen eine Außenpolitik, die voraussehbar Flüchtlingsbewegungen auslöst, gegen einen Wirtschaftskrieg, der vor allem die Bürger hierzulande trifft und gegen vieles andere mehr. Ein Eintreten gegen diese Entwicklungen hätte tatsächlich Mut erfordert. Und es wäre ein wirksamer Kampf gegen rechts gewesen. Der aktuelle Kampf gegen rechts in Form von Großdemos und Lesungen an zum Teil öffentlich subventionierten Theatern erfordert diesen Mut meiner Meinung nach nicht in vergleichbarer Weise. In diesem Fall ist der tosende Applaus von fast allen Politikern und Journalisten garantiert. Ich möchte aber weder die Theatermacher noch die zahlreichen Bürger aus diesem Grund diffamieren. Ein voraussehbarer Applaus entwertet nicht automatisch ein Engagement, auch wenn es von allzu heroischen Posen abhalten sollte. Man könnte zusätzlich sagen, besser spät als nie. Viele der Demonstranten gehen momentan sicherlich aus ehrlichem Engagement und gutem Glauben auf die Straße. Wie die etablierte Kulturszene sich angepasst hat Trotzdem entsteht momentan ein schaler Beigeschmack. Und das ist meiner Meinung nach vor allem durch den Kontrast begründet, wenn man das jetzige Engagement Kulturschaffender mit dem bestenfalls dröhnenden Schweigen von weiten Teilen der etablierten Kulturlandschaft zu den oben genannten Themen vergleicht. Die Nachdenkseiten haben das angepasste Verhalten vieler Akteure aus dem Kulturbetrieb in zahlreichen Artikeln thematisiert. Die Anbiederung der Filmszene an die NATO-Propaganda wurde in den Artikeln Berlin-Huldig-Zelensky, roter Teppich für die NATO und roter Teppich für Hillary, Clinton-Propaganda auf der Berlinale aufgegriffen. Wie mit kulturellen Preisverleihungen politische Meinungsmache betrieben wird, ist im Artikel Kultur, Propaganda und Preisverleihungen thematisiert. Auf konkrete Preisverleihungen wird auch in den Artikeln Karlspreis für das Kriegsmaskottchen und noch mehr Preispropaganda oder Die Russen sind Unrat, Pamphlet erhält den Friedenspreis des Buchhandels oder Kulturpropaganda bei Leipziger Buchmesse, wenn Spaltung zu Verständigung erklärt wird, eingegangen. Wie sich das auf eine allgemeine Verrohung auswirkt, ist Thema im Artikel die Hasssprache im Mainstream. Menschen sind Ratten, Dünger, Schweine. Wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth zum Boykott eines unbequemen Künstlers aufruft, steht in einem weiteren verlinkten Artikel. Mehr zu Cancel Culture, etwa im Artikel Gansa Nitrebko Waters säubert die Bühnen. Die von manchen Medien vorgenommene Einteilung der Kulturszene während der Corona-Politik wurde im Artikel Gute Künstler, Böse Künstler beschrieben. In diesem Artikel wurde gefragt, Künstler und Corona-Politik, wo seid ihr alle? Das opportunistische Verhalten vieler TV-Kabarettisten ist Thema beim Artikel Jämmerliches Kabarett. TV-Satiriker schützen die Kriegspolitik. Alle beschriebenen Artikel sind innerhalb des Textes verlinkt. Die Verwirrung um die Begriffe Außerdem ist ein Kampf gegen Rechts aller Ehren wert, aber man sollte sich darüber einig sein, was Rechts und Links inzwischen eigentlich bedeutet. Begriffsumdeutungen etwa zu Linksgrün oder Pseudolinks machen diese Verständigung kompliziert. Das, was momentan unter dem Label Verteidigung der Demokratie auf den Straßen und auf den Theaterbühnen passiert, ist meiner Meinung nach kein Kampf gegen rechte Politik. Rechte Politik ist verantwortlich dafür, dass die AfD so groß werden konnte. Der Erfolg der AfD war absolut voraussehbar. Wer der Politik der vergangenen Jahre nicht entgegengetreten ist, sollte auch nach der eigenen Verantwortung für das Erstarken der Rechten fragen, ebenso wer sich mit der jetzigen Politik der Ampel identifiziert. Dass die Losung, die Ampel muss weg, voll zutrifft, dass sie aber in der gegenwärtigen Verfahrenensituation auch zu kurz greift, wird in einem weiteren verlinkten Artikel besprochen. Wenn die jetzigen Demonstranten für Demokratie eigentlich etwas anderes ausdrücken wollen als eine Abschirmung der aktuellen Bundesregierung von Kritik, dann sollten sie an ihrer Kommunikation arbeiten. Wer gegen Rechts demonstriert, aber nur eine Haltung einfordert und keine ganz konkreten politischen Maßnahmen, die den Alltag der Bürger schnell und merklich verbessern, macht sich indirekt zum Anwalt der aktuellen kriegstreiberischen und unsozialen Politik, die wiederum die AfD stark macht. Dass man mit dieser Position nicht die AfD inhaltlich in Schutz nimmt, ist selbstverständlich. Dass die AfD für mich keine politische Alternative darstellt, habe ich oft geschrieben. Ob die Proteste einen Aufstand der Anständigen oder doch eher Doppelmoral darstellen, hat Jens Berger gerade in einem verlinkten Artikel thematisiert. Schönwetterdemokraten und mutige Ausnahmen Wichtig! Die hier formulierte Kritik richtet sich an etablierte Künstler und TV-Kabarettisten, die zum Teil von staatlichen oder öffentlich-rechtlichen Geldern abhängig sind. Hier wird aber keine Kürzung des Kulturbudgets gefordert. Und auch unter diesen etablierten Künstlern gab es etwa während der Corona-Zeit Ausnahmen, wie unter anderem die Aktion »Alles dicht machen«. Wenn es aus der hier thematisierten etablierten Theaterszene vergleichbare Beispiele für angemessene Kritik an der Regierungspolitik der letzten Jahre gibt, wäre ich für Hinweise dankbar. Außerdem gibt es zahlreiche engagierte Künstler, die auf eher kleineren Bühnen wirken, wie etwa jene auf einem verlinkten Festival. Zusätzlich gibt es weitere unangepasste Ausnahmen in der hiesigen Kulturszene, die hier nicht erwähnt werden. Ihr Mut ist umso mehr zu würdigen. Einige Beispiele haben wir etwa in der verlinkten Liste »Musik und Politik« verlinkt. Für weite Teile der etablierten Kulturlandschaft in Deutschland trifft das aber eben leider nicht zu. Was ich im Artikel »Wer solche Künstler hat, braucht keine Mitläufer« mehr geschrieben habe, ist darum noch gültig. Zitat Mir fällt es angesichts des Wegduckens zusätzlich schwer zu vergessen, dass viele Kultureinrichtungen und die dort auftretenden Künstler die Kampagne für eine schockierende Politik der Ausgrenzung mitgemacht haben. Das hat auch inhaltliche Auswirkungen, etwa auf die Rezeption aktueller Inszenierungen kritischer Theaterstücke. Die mutigen Phrasen von Demokratie, Grundrechten und Widerstand, die bis 2019 von deutschen Bühnen schalten, klingen plötzlich ganz schal nach Schönwetterdemokraten, auch und gerade wegen des schwachen Verhaltens vieler Kulturschaffender in den Momenten, in denen es gesellschaftlich wirklich darauf ankam. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.